Ich mach ein Video, in dem ich nur reime. Weißt du, was ich meine? Doch worum soll das Video gehen? Es kann nicht frei alleine stehen. Ich könnte reisen, doch auch welche Weisen. Ich will jetzt nicht erzwingen, aber irgendwas muss ich bringen. Ich könnte einfach spontan ein paar Reime finden. Doch es wird schwer, die zu erfinden. Aber vorher muss ich erzählen eine Geschichte. Denn wegen den vielen Lichtern waren wir in Sport draußen und wir mussten laufen. Doch durch viele Bäume sah ich einen Bus, Dactylus. Und er machte Schluss und ich muss in den Bus. Ich bealte mich und kam dran, so dass ich noch sitzen kann. Ich ging hinein, doch nein, ich schaute mich um. War ich wirklich so dumm? Oh Schreck, oh Graus. Ich ging hinaus, es war nicht meiner, bin Lateiner. Ihr habt gerade gewonnen, ihr seid aber auch nicht Zaron. Ich bin wie ein Dichter, wie ein Pflichter. Was ist denn da los, ist los? Die Bank ist nass, das ist krass. Das ist krass, wie ein Stuhl. Aggressiv und tief. Das war keine gute Idee, wie eine Chicorée. Das war schon ziemlich krass, so wie dieses Fass. Das ist gar kein Fass, das ist nicht so krass. Ich gehe am besten nochmal raus und du schaust, wie ich reime. Hoffentlich ohne Keime. Was gibt es denn jetzt zu essen, sonst kriege ich nur was messen. Ja, und ordentlich Brot schützt vor dem Tod, ne? Wir sind definitiv nicht die allerbesten, musst du nicht auch testen. Wir tragen Sonnenbrillen, wir sind nur noch am Grillen. Spaß, die ist mir kleiner. Ja, nicht so ein Feiner, macht keinen Sinn. Tut mir leid, ich habe ein großes Kleid. Guck dir das Video nochmal an, wenn du cool bist. Dann hast du ganz viel Fun, wenn du es nicht vergisst. Du kannst noch andere angucken, aber bitte jetzt nicht aufmucken. Tschüss, tschüss. Tschüss.